Was geht ab? YouTube, ZZM ist natürlich wieder aber back am Start und ja, ich werde jetzt mal hier die Fragen beantworten. Fangen wir direkt mit der ersten an von Kingdexness. Magst du diesen einen YouTuber? Ich glaube, er heißt Kingdexness. Also magst du ihn? Ja, der ist auf jeden Fall stabil. Welche Games spielst du alle? Ich spiele Fortnite und Minecraft habe ich früher gespielt, vor einem halben Jahr. Ja, sonst nichts wirklich Besonderes. Magst du es kühl zu melken? Boah, noch nie gemacht. Waze YouTube fragt, na, nasse oder verbrannte Pizza? Da würde ich mal sagen, schon so eine saftige Pizza. Würde ich schon eher bevorzugen. Bist du schwul? Klammern ernst gemeinte Frage. Von Bones A.S. Digga, du brauchst jetzt nicht probieren, mich zu klären. Vielleicht bist du schwul, aber ich nicht. Tut mir leid. PS4 oder PC? PC. Bist du Fußballfan? Wenn ja, von welcher Mannschaft? In der Bundesliga bin ich Fußballfan von Bayern, München. Und jetzt Weltmeisterschaft, so Nationalmannschaften, bin ich eher so Deutschland- und Portugal-Fan. Ananaslel fragt, was hast du für ein Handy? Ich habe jetzt als Zweit-Handy das Samsung Galaxy S6 und als Erst-Handy das Samsung Galaxy S8+. Getrox Games fragt, Lieblings-Skin? Ich glaube, das ist jetzt auf Fortnite bezogen. Mein Lieblings-Skin ist momentan immer noch der Raven, also der Raben-Skin. Clashriff-Pow schreibt, Hashtag ZZM. Korrekt, Digga. Stabil, dass du das in die Kommentare schreibst. Würdest du dich als Pro oder Noob in Fortnite einstellen? Ich sag's mal so, je nachdem, wie der Tag ist, ne? Mal bin ich ein richtiger Noob. Mal hau ich schon das ein oder andere, ja, geile Bauduell raus und so weiter. Aber ich würde sagen, eher so das Mittelding. Mistory fragt, Würdest du lieber einen Monat nicht duschen gehen beziehungsweise baden oder vier Wochen kein Fortnite? Auch wenn beides einen Monat ist, aber ich glaube, ich würde... Dann könnte ich vier Wochen lang nicht streamen, ne? Weil, wer es noch nicht weiß, ich stream jeden Tag auf meinem Kanal. Deswegen abonnieren, die Glocke einschalten und teilen. Ihr wisst Bescheid, alle, die dieses Video teilen, korrekt. Hashtag ZZM unten in die Kommentare, wer geschrieben, also wer das Video geteilt hat. Ich würde, glaube ich, echt sagen, einen Monat nicht duschen. Ja, kann man schon aushalten. Fortnite jeden Tag nicht streamen, dann würde ich euch ja vernachlässigen. Spaß, kann man nicht genau sagen, aber ich glaube, ich würde einen Monat nicht duschen. Fortnite ist schon wichtig. Schreibt mal Hashtag ZZM und Hashtag Fortnite alle rein. Einfach gefragt, was soll ich denn fragen? Ja, das war's wieder komplett. Deadspeak hier Augenbrauen fragen. Möchtest du mich streicheln? Nein. Einfache. Bist du Minecraft gequittet oder oder treibst du immer noch dein Unwesen auf Main-Sucht? Ich bin Minecraft, wie gesagt, vor einem halben Jahr schon gelangst gequittet. CountDoku fragt, spielst du mir eine Craft? Hashtag ZZM. Vor einem halben Jahr habe ich noch Minecraft gespielt. Vielleicht fange ich es bald wieder an. Falls ihr Minecraft sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Was ist der Allerbeste, was in deinem Leben passiert ist und kannst der Challenge machen und Vlogs? Ja, ich kann mehr Challenges und Vlogs bringen. Werde ich probieren. Mal schauen. Instagram bestimmt mein Leben. Teil 2 muss ja immer noch kommen. Wird auch noch kommen. Ich habe mittlerweile schon 150 Likes darauf geschafft und 1.150 Klicks. Was geht bei euch ab? Krass einfach. Angela Merkel. Krass, dass du bei mir auf dem Kanal bist. Wann kommt Insta bestimmt mein Leben? Teil 2. Ja. Nächste Frage. Wenn ich Zeit habe und Lust habe, wenn ich halt es kann, ich muss schauen. ABK Kopf schreibt Hashtag ZZM. Korrekt. Damian Janaschk schreibt, was ist dein Traum auf YouTube? Mein Traum waren die 1000 Abos. Und jetzt mal schauen, was höher geht. Vielleicht schaffen wir, indem ihr jetzt alle mich supporten würdet und dieses Video teilt, die 100 Likes auf dieses Video. Einfach mal auf so einem Random Video 100 Likes schaffen wir das? Das wäre krass, krass. Vielleicht schaffen wir auch vor allem 1100 Abos bald. Wäre fresh. Könntest du vielleicht auch mal so Real Life Stories erzählen? Ca. 2050 5056 fragt das. Ja, kann ich bestimmt machen. Muss halt nur überlegen, was für Real Life Stories. Aber eine habe ich ja schon erzählt, das mit der Schule, wo der Schüler gebrennt hat. Ca. 2056 fragt nochmal. Ab wie vielen Abos machst du Abospecial? Ab 1K bald. Ich bin jetzt langsam am Arbeiten da dran. Kann aber noch ein bisschen dauern. Weitere Infovideos werden darüber noch kommen, weil das nämlich nicht nur ein Special ist, sondern mehrere Special. Zeus, dein Vater, schreibt, beste Qualität. Das war um 3 Uhr nachts aufgenommen, also tut mir leid. Zpassi fragt. Hashtag fragt ZZM. Wann hast du mal Stream Highlights? Wann hast du mal Stream Highlights? Oder wann machst du mal Stream Highlights? Weiß nicht genau, was du meinst, aber ich kann ja mal gucken. Wenn jemand Lust hat von euch, der bei meinen Streams aktiv dabei ist, mal so Stream Ausschnitte zum Karten oder aufzunehmen und dann Best of Zickzack Masse Highlights und auf euren Kanal von mir aus hochlädt oder mir Bescheid gibt, kann man es ja mal anschauen. Und ich reagiere dann drauf. Iron Paddy01 schreibt, gute Kamera. Dankeschön. Auch wenn es ironiemäßig ist. Kleckshow schreibt, mach mal Zickzack Sack mit 20 Euro PC4 Card gewinnen. Nein, mach ich nicht. Smash Boss. Meinung zum Feminismus, also den Normalen und Radikalen? Ja, ich weiß nicht mal, was das heißt. Also nicht genau, was das heißt. Tut mir leid. Warum bist du so cool? Kann ich nicht sagen. Das könnt ihr entscheiden, ob ich cool bin oder nicht. Leon Fortnite King schreibt, Steel oder Red? Ich würde sagen Red. Chromebeats. Skrrr. Papa. Super nice Video. Chromebeats ist out. Nee, Spaß Video. Nee, Spaß. Nice Video. Ska und auch. Oh man. Der coole Kobold Spiel. Schreibst. Äh. Du bist korrekt. Dankeschön. WitzAbifa schreibt, wann kommen Fortnite Aufnahmen mit Freunden oder so? Wollt ihr das sehen? In die Kommentare schreiben. Einfach immer in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Und dann bringst du das Video raus. Ja, 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 ja. Okay. Das war es wieder komplett. BricksRick schreibt, Fortnite oder Minecraft? Ich würde da eigentlich eher Fortnite momentan vorziehen, weil ich Fortnite momentan jeden Tag zocke. Und auch jeden Tag streame. Falls ihr, wie gesagt, auch mal Minecraft Streams oder so sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Aktiv dabei sein. Mir auf Instagram folgen. Steht alles in der Videobeschreibung. Und ja. Äh. Pro-E-Loss. Hashtag zählt ein. Wie stellst du dir deine Zukunft in Sachen Fußball vor? Kreisliga-Herz. Ich sag's mal so. In der Kreisliga zu spielen, ist echt schon dramatisch. Ähm. Aber ich werde mein Bestes geben, dass wir auf jeden Fall in die Leistungsliga aufsteigen. Und ich werde mich jetzt in Fußball extrem anstrengen, gut zu spielen. Ja, weil Fußball halt, wie gesagt, immer noch Spaß macht. Steven Streber schreibt. Mach weiter so. Dankeschön. Shaida Maruf. Wie ist der Junge aus seiner Klasse explodiert? Hashtag Baum. Ich würde mal so sagen. Durch eine Powerbank. Wobei man auch so dumm ist und an einer Heizung sitzen muss mit einer Powerbank. It's Relax. Abos geiern mit Donation. Traurig. Joach. Ähm. Grüße geht da im Baubler raus. Danke, dass du mich nochmal gepusht hast. Mega stabil. Gibt es ein MBT3? Ähm. Ja. Ich bin am Plan. Ich bin am Gucken. Sven MC. Welche Note hattest im letzten Deutsch-Test, Bruder? Habe ich gerade Sven MC gesagt? Seven MC. Lol. Ähm. Ich sag einfach, welche Note ich auf mein Zeugnis hatte. Das war eine schöne, leckere Zwei. Ja. Zwei. Der coole Kobold spielt. Kannst du mal V-Bugs verlosen? Ja. Wann machst du Handcam? Mal schauen wann. Muss ich noch überlegen. Kann aber noch ein bisschen dauern. Falls du ein Facecam sehen wollt bei meinen Streams, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ähm. Kannst du mir eine FA schicken? Heißt du Marduin 20? Habe ich schon getan. Was ist dein Ziel an Abonnenten? 1K. Magst du mich und die anderen Abonnenten? Hashtag mich doch am meisten. Äh. Ich mag euch alle. Gleich. Kannst du deinen Kanal löschen? Irgendwie ist dein Kanal unnötig, weil du deine Videos auf WhatsApp teilst oder wenigstens nicht dein eigenes Video teilen. Okay. Aber sonst bist du ganz nice. Will kein Beef mit dir anfangen oder beziehungsweise haben. Also wenn ich meinen Kanal teile auf WhatsApp, ist mein Kanal unnötig? Bruder. Geh mal ein bisschen nachdenken. Würdest du, wenn du einen Ofen hast, aber Pizza essen willst, aber kein Geld für Pizza aus Internet hast, Pizza in den Mikrowellen machen? Hashtag bestermannlul. Ja. Ich verstehe die Frage nicht so ganz, aber ja. Okay, gut. Das waren doch wohl die Fragen alle. Und danke schön an alle, die eine Frage in den Kommentaren gestellt haben. Mega korrekt. Teilt mal wirklich alle. Bitte einfach dieses Video. Komm, wir müssen doch... Wir haben momentan 1.004 Abonnenten. Das ist... Krass, Leute. Deswegen würde es mich mega freuen, wenn ihr alle dieses Video teilen würdet. Vielleicht schaffen wir hier auch nochmal die 100 Likes. Wäre fresh. Vielleicht schaffen wir auch nochmal die 1.100 Abos. Wäre auch geil. Also nice. Und folgt mir gerne auf Instagram. Da heiße ich auch zigzag-Marsöhe. Steht aber auch nochmal in der Beschreibung. Falls ihr sonst noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie dann in den Kommentaren. Videos hier, denen gerne reinschreiben. Ich bringe alle Arten von Videos. Ich kann gerne Minecraft bringen. Auch wenn ich momentan da richtig scheiße wäre, bestimmt. Früher war ich noch recht gut. Fortnite bringe ich wohl. Ich bringe euch. Releaf-Videos. Alles, was ihr wollt. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann, hau-trei. Bis dann, hau-trei.